Ja, wenn du einmal da warst, in meiner Meinung schlägt dein Herz immer für Mürre und Mürre seine Leute. Musik Ja, ich bin Belinda Bühler, wohne in Mürre. Ich habe zwei Kinder, ich bin und Henry. Musik Ich arbeite in unserem Familienbetrieb Stegersport, wo wir drei Filialen haben. Meine Mutter ist Australierin, ich habe auch eine Zeit in Australien gewohnt, bis wir die Berge wieder zurückgerufen haben. Musik Ich bin jeden Morgen wie ein kleines Kind. Ich stehe mit meinen Boys auf. Das Erste, was wir machen, sind die Fensterleben aufzutun. Und wenn man sieht, da hat es wieder viel Schnee gegeben, hat man wirklich so eine Freude. Es hat so einen Charme. Ich finde es jedes Mal faszinierend. Man läuft die Dorfstrasse entlang und an schönen Wettertagen sieht man wirklich den Eiger. Musik Es ist wirklich ein mega Glück. Wir können mit den Ski vor dem Haus losfahren. Und wir können mit den Ski vor dem Haus anhalten. Was ich nicht nur im Sommer betätige, sondern noch im Winter betätige, sondern noch im Winter. Das ist Trailrunning. Musik Möhren ist sehr, ich würde es auf Englisch sagen, diverse für Trailrunning. Du hast wirklich so viele Möglichkeiten. Musik Es ist ein hidden gem. Musik Möhren muss man gefühlt und erlebt haben. Ja, weil beschreiben kann man es nie, weil es ist wirklich viel besser. Musik 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 Musik